Die Aufnahme, genau. Da schlafen gebraucht er jetzt im Wohnlicht. Und nun... Was darf hier jetzt? Ach, die Schweine. Er wollte die Schweine finden. Warte mal, ich wollte erstmal... Ob ich da raus... Obwohl, dass wir noch nicht mehr sind. Obwohl, dass wir noch nicht mehr sind. kommt voll das raus würde man hier mit einem rutschlappeln sollen Es ist so genial. der andere kann ich hier bestimmt nicht kosten da brauchen wir auch die andere Station da brauchen wir auch die andere Station die für die geü lasst die röden die rei die rei die röden die rei die haben hier wohl die mit den Trüppenhocken Das war's für heute. 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 Das bin's für heute. Das war's für heute. Ich bin da mal nicht verdammt. doch, wenn er mit in die Pfühlerkiste reingetragen wird was ist denn? da müssen wir uns noch ich würde sagen, wir gehen mal hier und das müsste der Wegschuss ein da ist schon der Stau-Tonorant drin und Schiff und wir gehen einfach mal hier weg wir gehen einfach mal hier wir gehen einfach mal hier dann wir gehen einfach mal hier wir gehen einfach mal hier wir gehen einfach mal hier weg ich bin schon da wir gehen einfach mal hier in die Laufbahn Das ist mir schon wieder gut. Das ist doch nicht so gut. Ich darf jetzt mal reinnehmen. Das war's für heute. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ohne mal rückgermit. Das war noch ein bisschen bald runter. Was ist das? 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 Ja, das kommt ja rein. Oh, nein, das kommt ja nicht rein. Schau. Was will ich rein holen? Oh, das geht noch nicht. Okay. jetzt wollen wir noch nicht weinen, da müssen wir die Tore beschenken wieder nehmen wir noch So, Ich weiß nicht, dass es aber nicht Jetzt wissen wir, dass wir hier noch ein Stück haben. Wir müssen die Schreude zählen, oder was ist denn die Vorbereitung? Wir müssen die Schreude zählen, oder was ist denn die Schreude? Wir müssen die Schreude zählen, oder was ist denn die Schreude? Wir müssen die Schreude zählen, oder was ist denn die Schreude? Wir müssen die Schreude zählen, oder was ist denn die Schreude zählen? Wir müssen die Schreude zählen, oder was ist denn die Schreude zählen? Wir müssen die Schreude zählen, oder was ist denn die Schreude zählen? Wir müssen die Schreude zählen, oder was ist denn die Schreude zählen? Wir müssen die Schreude zählen, oder was ist denn die Schreude? Wir müssen die Schreude zählen, oder was ist denn die Schreude zählen? Wir müssen die Schreude zählen, oder was ist denn die Schreude zählen? Wir müssen die Schreude zählen, oder was ist denn die Schreude zählen? Wir müssen die Schreude zählen. Wir müssen die Schreude zählen, aber vielleicht kommt da ab meiner Hand aber kommt nah, Dann will ich den das dann einfach in der Schreude die Schreude... auf den stra shoppen zum Problem werden... ... auf den sichern... Wir müssen die Schreude her kosten, aber wenigstens rein, ja, das wäre ja das hier und da war ich doch eben schon komm, hör ich mal hin wir müssen was machen, was nee, hier kommen wir nicht mal hin hier sind wir gebeuren hier sind wir hier und Ne, da war ich so nicht bald. Was soll mit dem anderen alle Trauer finden? Wobei noch das hab ich noch schlöst. Oh! So, ich bin doch gerne verliebt. Das ist doch ein Tag der anderen Böck. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da bin ich nicht mehr in den Treffen. Ja, klein. Wird kurz vorhin zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da muss man auch irgendwie truffen können in die Höchste. Bei dem Dörk hier hoch, wird wieder schon mal bis vorne gestorben. Nicht, dass hier wieder genug lebendig wird. Irgendwie muss man die auch killen können. Da kann man ausdauern. Oh Gott, das ist mein Leben. Oh, warte mal, ich habe hier noch einen Fluss ne, da hat er jetzt gebraucht, weser sperr wird die öchse es gibt mir doch nicht mal alle meine sachen drin die haben die alle drüben, ne? naja die haben die natürlich drüben ohne die drüben unterdospfang die drüben, nicht nur los Ich glaube, das ist ein kleines Schmerz. und die rote hinführen das ist ja die drückstückseite und wie das kann wie die drückstückseite aus dem das und 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 muss ich hier überschwemmen, bitte bei uns, kommen die nöchse oder so wir müssen aber blöcken kann man sie nicht ich bin auf die Toilette, ich hatte ja immer noch meinen, äh, meinen, äh, als Vater beim Bettschulker riefen, ich habe immer so eine Matratze, dass die eine, äh, über die Kette einen Schau! natürlich die Ausdauer nicht, natürlich das Anzeigste da müsste mir Ausdauer geben Das ist gut genug zu sehen Ich habe auch noch nicht gesehen Das ist ein Tänkwerk. Das war jetzt schon wieder. Das war jetzt schon wieder. Oh, das ist schon gut. Das ist gut, wenn man nicht passt. Aber wir können stellen da oben. Das ist gut. Was ist das? Ich bin der Osten in mir. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Warte mal, muss ich jetzt hier weiter hochlaufen, ne? Warte mal, da sind wir auch so. Da sind wir natürlich hin. Das ist dann von hier aus hoch, ne? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ein Bruch auszubauen. Das ist bestimmt eine Tore, oder? Ach so, warte mal. 1, 2, 3. Hier muss aber sein. Das hier schlinder wird kein Weg schon sein. Hier ist ein Bein. Hier ist es schon so. So, ich bin jetzt auch so. da will mir ja die Anregung also hier ist nichts was man finden könnte viel ist normal, ja freundlich ne ne warte was hab ich denn jetzt wieder heraus entdeckt jetzt nun wird bofligen und das ist ein neues zäger warte 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 Das ist der Buss. Das war's für heute. 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 New and I'm... 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 Wir haben den Lagerpflug. Das war's für heute. Das ist ein Wettbewerb, oder? Nein. Das ist ein Wettbewerb, oder? Das ist ein Wettbewerb. Das haben wir noch mal geschafft, warum wir mal vorhin übersteuert. Das ist ein Wettbewerb. 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 Das ist immer noch schön. Nö, da muss ich ja mal rein... Hutschwerbs... Ich glaube, ich komme hier an. Was ist denn noch ganz... ... so... Vielen Dank. 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 Yeah. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah. 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 Yeah.